Mit diesem Sensor könnt ihr mit jeder Druckplatte das perfekte Offset automatisch ermitteln. Ihr habt auch schon eine Odyssey hinter euch mit einem Omron, 3D Touch, 3D Touch Pro, mit einer Clicky Probe oder auch mit dem Voron Tab? Dann probiert es doch mal mit dem Beacon Sensor. Viele von euch werden den Beacon kennen, damit lassen sich große Bedmesh innerhalb von wenigen Sekunden generieren. Was nun aber neu dazugekommen ist, ist ein Nozzle Probing. Ihr kennt vielleicht den Voron Tab, wo die Nozzle auf das Druckbett fährt und somit mit einem Switch dann auslöst. Das wird automatisch mit der Beacon Probe nun auch möglich gemacht und zwar mit einem neuen Update, was zeitnah veröffentlicht wird. Damit lassen sich jegliche Druckbetten nutzen, die eine Magnetfolie haben, da dieser Abstand zwischen Oberfläche und Magnetfolie nun irrelevant ist, dadurch mit der Nozzle geprobt wird. Somit lassen sich auf verschiedensten Materialien und Untergründe das Set-Offset automatisch ermitteln. Aber genug gesagt, schaut euch einfach diese Bilder an. Wir werden in den nächsten Wochen noch ein Hauptvideo dazu veröffentlichen, wie ihr das einrichten könnt. Ich gehe aber davon aus, dass wenn diese Features veröffentlicht werden, der Beacon wie in der Anfangszeit schnell vergriffen ist. Deswegen schlagt am besten jetzt noch zu, sodass ihr bei dem Update dann euren Beacon schon vor euch habt. Lasst uns in den Kommentaren wissen, welche Probe ihr derzeitig bei euren Druckern nutzt, wie ihr zufrieden damit seid. Und abonniert unseren Kanal, um das Hauptvideo nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.